Hallöchen Leute, willkommen zurück zu einer weiten Reaktion. Heute schauen wir uns eine weitere Episode von WillaLiebe. An dieser sitze ich. Eigentlich kann ich mich hinstellen. Machen wir vielleicht nachher. Und heute heißt die Folge, der Fluchtversuch scheitert. Letzte Folge haben sie ja gesagt, sie wollen flüchten, die Mädels und der Junge. Und mal schauen, ob sie es schaffen. Ja gut, der Titel sagt schon, die schaffen es nicht. Aber gut, wir fahren erstmal hoch und dann geht's los. Wartet oben auf mich. Beste Anfang, Alter. Okay. Gut. Und dann. Schauen wir uns mal an. Jetzt bin ich festens vorbereitet für das Video. Das ist ja natürlich, man kennt mich wieder hier. Das ist, glaube ich, letztes Mal auch so gewesen. Let's go. Moonlight. Creative New Media. Wir müssen heute Nacht versuchen, irgendwie zu fliegen. Genau. Ja, wir. Ja, auf jeden Fall. Ja, such meine Freundin. Becca, die hat eine Affäre, die geht hier gerade fremd. Es geht hier nicht nur um Liebe. Es geht auch um die Karriere. Deine Karriere. Ich mach nicht alles für Fame. Ich bin nicht eines deiner achtjährigen Fangirls. Ich hab'n gewissen Typen, wo ich so drauf stehe. Und du gehörst da leider nicht. Nicht dazu. Also. Oh, die Szene. Hä? Ja, aber hä? Wie hat sich denn überhaupt da so hingestellt, so nackt und ihn reingelotst? Was hat sie denn vorgehabt? Das fand ich auch voll komisch. Was war denn ihr Plan? Das sehen wir jetzt auch heute, ja. So, geiles Schloss da, ey. Ich würde so gerne mal sein. Ich liebe das Intro. Geil. Cool. Ach, Schandi sagt, der will mir den Sackhahn, ne? Fuck, mein Messer. Ihr Messer? Warum hast du das in die Kamera gesagt? So, das... Was hat ihr Messer da gebunkert? Achso, weil sie Angst hatte. Und jetzt steht sie da, er wacht auf und wie sie das Messer in der Hand hat. Oh, ist die auch dumm? Warum liegt da Chips? Warum liegt da Chips? Was liegt denn da noch alles? WTF, Alter? Was lag denn da? Lag da ne Glocke? Was war das zweite? Ne Glocke! Ja! Ja, genau! Ne Glocke! Chips und ne Glocke! Perfekt einfach. Leg ich auch mal so auf den Boden, schneid mal dann drüber. So ne Tröte noch. Vielleicht machst du jetzt Puh und dann wird er wacht da durch oder so. Ein Furzkissen. Das kann's ja nicht wahr sein. Ein Furzkissen. Es ist so... Es ist so... Wirklich. Was machst du mit dem Tier jetzt? Hey, warum hat's nicht auf ihn geworfen? Hey, warum? Es ist so... Es ist so... Es ist so... Ja, er hebt das Pärbel ein Hohentuch. Das Pärbel ein... Eine Nacht bleib ich noch hier, aber spätestens morgen bin ich hier weg. Ich werde dich schon noch überzeugen. Du wirst dein Freund in Windeseile vergessen. Kampfgesicht aufgesetzt. Wenn sie sich da... Das ist nicht die Küche. Ich verstehe nicht, warum ich als Auftragsführerin so einen Scheißjob hier machen muss. Ich vergesse immer, dass ich auch... Äh... Pausieren kann, wenn ich was sagen will. Ich rede immer zwischen rein so. Okay, ich hab's vergessen. Ich pausier wieder. Jetzt reiß ich mal am Riemen. Das ist das Wichtigste. Ich mein... Die sind sich genau dafür zu schade, nämlich. Und das ist die Drecksarbeit. Hallo und herzlich willkommen. Danke, das Follow Tom... Tom Neil Chaos. Dankeschön, willkommen. Und danke, das Follow Mevelisa. Hab ich gar nicht vorgelesen. Dankeschön. Wir hier aufbiegen, wenn die das mitbekommen, dass wir in Wahrheit gar nicht das billige Schlosspersonal sind. Was dann? Was sind die dann? Dann ist der Plan essig. Dann sind wir hier die Gelackmeierten. Das Furzkissen hat's wahrscheinlich gehört. Oder die Glocke. Oder die Chips-Tüte. Einzelne Sachen, die wir's wohl gehört haben. Ach, Mann. Ange-Nina, hi. Was macht der denn? Wärmflasche? Ach, der Davis ist das. Ach so, der gönnt sich erst mal hier. Anzug und Bademantel drüber. Ach, die guckt auch gerade krass aus und fahrt wahrscheinlich. Ich hab dieses Ding gehört. Hey, Mr. Crumple, ja. Ja, ja. Hä, wieso kann man hier in dem Bett durchgehen? Was machen die da hinten? Was ist mit deinem Auge passiert? Ja, ja. Da kannst du ja nachsprechen. Und ist da jetzt mit drüber gelaufen? Und warum muss die jetzt einmal da hinten durch? Ist das halt ein anderes Zimmer? Wer ist die oben links eigentlich? Ist das die, die mit dem Furzkissen entkommen konnte gerade? Es ist so komisch. Ich hab so viele Fragen. Immer 19 Uhr, Karl. Immer 19 Uhr. Style, ich bin ein Profi. Wie Profi nur mit Billy, Bro, D. Dankeschön. Kuss geht raus. Hier ist es. Wo weißt du das? Stammt im Drehbuch. Ah, okay. Ein Drehbuch. Perfekt, perfekt. Bist du ja. Hey, wenn die das Drehbuch doch haben, dann könnt ihr doch auch nachlesen, ob sie denn kommt oder nicht. Allein könntest du auch einen Titel lesen. Oh, was geil wäre, als würden wir auch mal sowas auf dem Titel zeigen würden. So, und sagen würden, werden wir die Frucht wohl schaffen? Nee, ich stehe doch im Titel. Das finde ich auch geil. Wenn ich schon so einen mache, würde ich das genauso machen, sodass er genau im Titel zeigt. Nee, ich schaffe eh nicht. Das finde ich geil. Wenn wir eigentlich fliehen. Mensch, ich stehe nicht. Wir brauchen auch ein Handy. Ähm, ich kann den Pins holen. Ich habe letztens hier seinen Penis und Pin gesehen. Ah ja, Penis und Pin, Sender beieinander. Ich habe eben seinen Penis und Pin gesehen. Alles klar. Hast du es gehört? Wir müssen uns verstecken. Ja, aber wieso brauchen die jetzt genau ein Handy? Also wenn, 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 äh, ich habe den Namen vergessen, äh, ich weiß nicht, dass er 204 Tim heißt, aber wenn er, ähm, doch das Handy von ihm klauen könnte, könnte er darüber doch einfach dann die Polizei kontaktieren, oder nicht? Dann müssten ja echt gar nicht fliehen. Dann könnten die sagen, hey, wir sind hier gefangen, kommen Sie bitte hier uns helfen. Notfall, bla bla bla. Dann würden die ja kommen. Und die befreien. Dann müssten sie ja gar nicht fliehen. Wenn sie jetzt fliehen wollen, dann brauchen sie auch kein Handy. Oder wollen sie fliehen und dann mit dem Handy Hilfe rufen. Hey, dann müssen sie ja nach draußen warten, bis sie die Hilfe kommt. Das ist ja auch blöd. Die könnten, hey, das ist echt komisch. Aber die Serie ist eh, also wir sind ja eh schon mega-Baudi. Also Futzkissen, sage ich nur das. Recht jetzt schon. Sag mal, Becker, hast du mich damals in der Schulzeit wirklich nie beachtet? Lass mich schlafen, ich will das Ganze einfach nur hinter mich bringen. Er sieht es ja auch nicht, ne? Lennart ist schon lange mein Freund. Und nur er ist mir aufgefallen. Ja. Ha, ist doch lächerlich. Ich habe Kraft. Ich habe Geld. Aber an dem Geld klebt Blut. Was, Blut? An seinem Geld klebt Blut? Was hat er denn für ein Business aufgemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Hat er nicht einflussreich die Familie gesagt? Mafia? Nee, was hat er in der letzten Folge gesagt? Vorletzte Folge? Wieso liegt der Blut dran jetzt? Aber verliert sich deshalb am Wert? Wie sie so hochbiegen, sie direkt runterguckt. Alles klar. Halt, was? Oh. Ich liebe Frauen mit einer kräftigen Stimme. Geil. Hat er jetzt gerade fickt dich gesagt? Oh Mann. Warum? 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 Warum braucht... Ich wäre so als reiche, einflussreiche Person so. Ich spiele da auch mit. So eine kurze Nebenwohnung, da gut der Wund dazu entdeckt. Wie ist denn so lange? Oh, das ist echt zu... Aber Davies war es auch gut. Greta? Was machst du hier draußen? Ich hole mir ein Wasser. Nio hat mir das erlaubt. Wasser? Ihr habt doch ein Badezimmer. Ja. Ich trink nur Sprunwasser. Als ob er die hintendran nicht sieht. Ich komme gar nicht aus der Leitung. Ja, okay. Stimmt. Hast du Janine gesehen? Janine? Janine? Achso, Dahlia heißt ja in echt Dahlia. Und die Rolle heißt ja Janine wahrscheinlich. Okay. Und da sieht sie nicht hinter ihr stehen? Also ich glaube nicht, dass die so breit ist, dass man sich hinter ihr gut verstecken kann. Just saying. Beim Füß sieht man ja auch. Ach Mann. Da ist das Bett weicher. Da drin? Mhm. Cool. Danke. Janine? Oh nein. Hä? Warum haben sie sich jetzt da reingeloggt, wenn auch Tim mit drin ist? Hä? Was? Warum machen die das? So richtig undurchdacht die ganze Zeit. Oh Mann, Leute. Für alle, die die Geschichte über die nicht checken, die gerade auf Twitch noch reingeschaltet sind. Es geht darum, dass vier einflussreiche Typen haben vier Personen entführt, die sie gerne für sich behalten würden. Die wollen, dass sie sich verlieben. Das heißt quasi entführt, dass die jetzt 365 Tage bei denen bleiben und die in diesen Tagen währenddessen in sie verknallen. Aber die vier Personen, die jetzt da gezwungenermaßen da sind und miteinander zusammen sein müssen, zusammenkommen müssen, die wollen jetzt fliehen, die Nacht. Das ist, äh, jetzt, die wollen fliehen. Und er ist einer von denen, die fliehen wollen. Und er ist einer von den Leuten, die Leute entführt haben. Er im Bett auch. Hier liegst du also. Nein, ich schätze nicht zu ihm. Luis, da gehst du ja ganz schön ran. Alex, was machst du? Oh nein, oh nee, weil die Mädels vier Jahre entdecken. Er ist so dumm. Die machen auch gar nicht, die bewegen sich gar nicht. Die fliegen da jetzt einfach rum oder was? Ja? Hörst du, kommen Sie rein? Hä? Kamen die lauten Geräusche von hier? Ach, sie hat wirklich das Furzkissen gehört. Lol, das hat sie wahrscheinlich doch gehört. Hier war es eigentlich immer Mucksmäusen still. Sie ist übrigens die Bedienstete. Sie hat nichts mit der ganzen Sache zu tun. Die kümmert sich nur darum, dass es jedem in dem Hotel, in dem Schloss gut geht. Und er ist einer von, also der Typ hier, der Alessio, der früher Alessio war, der ist einer von den Leuten auch, die, ähm, die entführen. Wo ist Greta? Die ist bestimmt nur auf Tonette. Echt oder gekauft? Ist schon echt. Obwohl, das Geld hätte ich auf jeden Fall für einen schönen Haus genug. Die Muskeln? Ich verstehe nicht, warum du eine Kantinenputze dateest, wenn du... Ah, sie meint wirklich die Muskeln oder was, die fake sind? Kann man sowas faken? Also ich kenne doch diesen einen Typen, der irgendwie sich Öl in die Oberarme pumpt oder so und dann sieht das so richtig hässlich aus. Aber so Oberarme faken, sieht doch nie gut aus, wenn man das faken, oder? Keine Ahnung. Oh, ich auch. Na, Spaß. Weißt du, Meuschen? Frauen mit Qualitäten kommen nicht so Mitte Nacht hier rein, weil sie das Geld aus meinem Arsch riechen. Bäh. Der hat Blutgeld, er hat Scheißgeld, oder was? Sorry, ey. Hä, ist jetzt ein Jojo oder in den Butler verknallt oder jetzt in ihn? Was ist ihr Plan? Was ist ihr... Ich check's nicht. Die hätten doch einfach auch an Alessio vorbeirenen können. Oder wie auch immer er in dieser Serie heißt. Der ist doch nur allein da gestanden. Die hätten einfach ihn wegtaglen können und dran vorbeirenen. Hä? Ihr Plan ist Fremdgehen. Ja, okay. Ja, gut. Das war ihr... Ja, okay. Aber ich kann auch sagen, dass abgesprochen ist mit ihm oder so. mit dem Jojo-Typen. Wollen wir jetzt ernsthaft entkommen? Hätten sie machen können. Äh... 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 Euch ist unbeziehbar bewusst, dass es hier klare Regeln gibt. Und die wichtigste von diesen verdammten Regeln ist, dass ihr uns einfach gehorcht. Eigentlich müsstet ihr jetzt auch sterben. Was? Ja, okay. Das ist schon ein bisschen übertrieben, aber... Nein. Das ist definitiv kein... Tot! Tot! Direkt wieder mitgenommen. Flucht gescheitert. Weil sie dumm sind. Weil dumm. Das war's jetzt, okay. Aber ja, Flucht ist gescheitert, ne? Also... Oh, die Folge, die war wieder richtig wild. Ha! Ah! Die feuer ich wieder viel zu wild. Ihr müsst eigentlich sterben. Ha! Oh, diese Furzkissen, ey. Ich liebe das eigentlich. Ich find die Serie voll geil. Weiß nicht. Ich find's sogar fast besser noch als das Krasslassen-Part, muss ich sagen. Das hat sich so richtig... So richtig auf dumm gemacht irgendwie. Ich weiß nicht. Aber feuer ich. Ha! Die ist weniger cringe, mehr so richtig extra dumm gemacht. Und das... Also... Aber auch... Ich weiß nicht. Ich feier das irgendwie. Ich weiß nicht. Find ich fast... Also momentan passt das erst als Krasslassen, muss ich sagen. Ich bin ja so stark. Ich bin ja so stark. Ich bin ja so stark.